Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Abate, Vertrauter des Fürsten von Bouillon. Duclos, Schauspielerin an der Comédie Française. Auf einer Theaterbühne der Comédie Française. Die Schauspieler sind in hektischer Vorbereitung für eine Abendvorstellung. Die weiblichen Hauptdarstellerinnen des Abends sind die Duclos und Adriana Le Couvreur. Michonne, der Regisseur des Hauses, ist im sich beschäftigt, die letzten Vorkehrungen zu treffen. Er ist heimlich verliebt in Adriana Le Couvreur. Sie weiß nichts davon. Der Fürst von Bouillon, ein Mäzen des Theaters und heimlicher Liebhaber der Duclos, tritt in Begleitung seines Atlanten, dem Abate, auf. Die beiden Schäkern galant mit den Damen auf der Bühne. Adriana erscheint. Sie weist die Schmeicheleien ab, und erklärt lediglich die demütige Dienerin des schöpferischen Genies zu sein. In einer kurzen Pause nimmt Michonne sein Herz in die Hände und will Adriana, die er seit fünf Jahren liebt, seine Liebe gestehen. Er erzählt ihr von einer kürzlichen Erbschaft und von Heiratsplänen. Als er ihr seine Liebe gestehen will, erzählt ihm Adriana unter Verschwiegenheit, dass sie auch verliebt sei. Es ist Maurizio, ein fähnrichtes Grafen von Sachsen. Sie weiß nicht, dass Maurizio in Tat und Wahrheit der Graf von Sachsen ist. Maurizio ist verwundet worden und sie hat gehört, dass er in der Stadt sei. In diesem Moment taucht er auf. Er gesteht ihr seine Liebe. Adriana will für ihn beim Fürsten für seine Beförderung werben. Maurizio will das aber nicht und verspricht ihr, sie nach der Aufführung am Bühnenausgang zu erwarten. Adriana schenkt ihm als Pfand ein Straußfeilchen. Der Abate und der Fürst treten auf. Der Abbe hält einen Brief der Duclo in der Hand, den er abgefangen hat. Der Fürst von Bujon ist eifersüchtig und will wissen was im Brief steht. Es ist eine Einladung an einen Mann, zu einer Besprechung einer hochpolitischen Angelegenheit bei ihr zu Hause. Was er nicht weiß ist, dass die Duclo den Brief im Auftrag von seiner Frau, der Fürstin von Bujon geschrieben hat. Der Empfänger ist der Graf von Sachsen, der an diesem Abend in einer Lusche weilt. Der Fürst sieht die Politik nur als Vorwand und will das vermeintliche Stelldiche einplatzen lassen, indem er an diesem Abend ein Fest für die Schauspieler nach der Aufführung ankündigt. Michonne muss einer Schauspielerin einen Brief als Requisite übergeben. Doch er findet ihn nicht. Da tritt Maurizio mit dem Brief der Duclo in der Hand auf. Er will Adriana mitteilen, dass er das Theater verlassen müsse, und heute Abend sie deswegen nicht sehen könne. Mittlerweile hat das Stück schon begonnen und er hat die Idee, den Brief Michonne als Requisite zu geben, so würde Adriana als Empfängerin die Information auf diesem Wege erhalten. Maurizio verlässt das Theater und erfährt nicht, dass Adriana aufgewühlt ist, als sie den Brief erhält. In der Villa der Duclo. Die Fürstin von Bujon erwartet aufgewühlt den Grafen von Sachsen. Maurizio war ein Verehrer der Fürstin und sie hat für ihn am Hof des Königs lobbyiert. Sie warnt ihn, dass einflussreiche Kreise ihn im Kerker sehen wollen und empfiehlt ihn, Paris zu verlassen. Sie sieht die Feilchen an seinem Rüvern und ist eifersüchtig. Resigniert stellt sie fest, dass Maurizios Herz einer anderen gehört. Sie will ihren Namen wissen. Trotz ihres Drängens will Maurizio ihren Namen nicht nennen. In diesem Moment hören sie eine Kutsche ankommen. Panik erfasst die Fürstin, als sie realisiert, dass ihr ihr Mann entsteigt, und sie versteckt sich in einem Seitenzimmer. Maurizio empfängt den Fürsten, der glaubt ihn auf frischer Tat ertappt zu haben. Er wolle aber mit der Duclo nichts mehr zu tun haben und überlasse sie dem Grafen, welcher nun die Verwechslung erkennt. Nun trifft auch Adriana ein, die ein Treffen mit dem Fürsten vereinbart hat, um für Unterstützung für Maurizio zu werben. Der Fürst stellt Adriana den Grafen von Sachsen vor, und Adriana erkennt, wer Maurizio tatsächlich ist. Mit Augenzwinkern erkennen die beiden die Maskerade und erneuern ihr Liebesgelügte. Michonne taucht auf. Er wollte die Duclo sehen, um mit ihr das nächste Theaterstück zu besprechen und geht ins Nebenzimmer. Er trifft im Dunkeln auf eine Dame, die er nicht erkennt. Maurizio muss das Haus verlassen und bittet Adriana um jeden Preis zu verhindern, dass jemand erfährt, wer die Dame im Nebenzimmer ist. Er schwört ihr, dass das Ganze rein politisch begründet sei. Adriana öffnet die Türe und gibt im Dunkeln der Unbekannten einen Schlüssel, welcher zum Garten führt. Im Wortwechseln erfahren die Frauen voneinander gegenseitig, dass sie in den Grafen von Sachsen verliebt sind. Ein hitziger Dialog entspinnt sich, der ihr durch das Erscheinen des Fürsten unterbrochen wird. Die Fürstin kann unerkannt fliehen, und Adriana fällt vom Schmerz getroffen in einen Sessel. Michonne erscheint und gibt ihr ein rotes Armband, welches er auf dem Boden gefunden hat. Im Palast des Fürsten von Bouillon laufen die Vorbereitung zum Souper. Die Fürstin ist mittlerweile zurückgekehrt, und sind nach Rache an der geheimnisvollen Rivalin. Sie bemerkt eine Puderdose. Der Fürst nimmt sie ihr weg, denn es handelt sich um ein Beweisstück, das er als Chemiker analysieren muss. Es handelt sich um eine hochgiftige Substanz. In der Fürstin reift der Gedanke, ihre Rivalin damit zu vergiften. Das Souper hat begonnen. Adriana ist angekommen. Sie wird der Fürstin vorgestellt. Entsetzt erkennt die Fürstin die Stimme. Um sie zu testen erfindet sie die Geschichte, dass Maurizio in einem Duell verwundet worden sei. Als Adriana einen Schwächeanfall erleidet, ist die Fürstin sicher, dass Adriana ihre Rivalin ist. Maurizio erscheint. Er wurde festgehalten und wurde freigelassen. Er bedankt sich bei der Fürstin, denn er denkt die Freilassung sei ihr zu verdanken. Er muss der Gesellschaft von einer seiner Heldentaten aus dem Krieg erzählen. Tänzer erscheinen und bieten einen Hirtentanz dar. Während des Balletts tauschen die Fürstin und Adriana Worte aus. Durch die gegenseitige Enthüllung des Feilchenstraußes und des Armbandes erkennen sich die beiden als Rivalinnen. Adriana wird gebeten nach dem Ballett etwas zu rezitieren. Sie wählt ein Stück aus, dessen letzter Satz vom Ehebruch handelt, dabei richtet sie sich offen an die Fürstin. Diese schwört Rache. Wochen später im Haus der Adriana. Sie hat das Theater aufgegeben, als Maurizio verhaftet wurde. Sie ist zerfressen vor Schmerz und Eifersucht. Michonne sucht sie in ihrem Hause auf und bittet sie wieder ans Theater zurückzukehren. Er gibt Adriana ihre Halskette zurück, die sie verpfändet hatte, um Maurizio aus dem Kerker herauszulösen. Er erzählt ihr nicht, dass er sein Erbe dafür eingesetzt hat. Die Haushälterin überbringt einen Brief von Maurizio. Im Paket findet sie die vertrockneten Feilchen. Tief getroffen fühlt sich Adriana verhöhnt und verlassen. In diesem Moment erscheint Maurizio. Michonne hat ihm geschrieben. Er fleht Adriana um Vergebung und ihre Liebe an. Adriana glaubt Maurizio nicht, doch als er um ihre Hand anhält, sind die Dämme gebrochen. Plötzlich erfasst Adriana ein Schütteln und ihr Gesicht erblasst. Sie erzählt von den Feilchen. Michonne erkennt sie und realisiert, dass sie von der Fürstin vergiftet und geschickt wurden. Das Gift wirkt schnell und Adriana beginnt zu fantasieren. Schließlich stürzt sie in den Armen von Maurizio.